Buodok Es handelt sich dabei um eine Garmethode. Bei Buodok dienen erhitzte Steine zum Garen des Fleisches. In der Regel werden Murmeltiere, deren Jagd im Spätsommer sich bei der männlichen Bevölkerung der Mongolei großer Beliebtheit erfreut, auf diese Weise zubereitet. Beim Buodok wird das Tier zunächst geschlachtet, am Kopf aufgehängt und am Hals aufgeschnitten. Die Haut mitsamt dem Fell lässt sich nun zurückschlagen, so dass man das Tier ausnehmen kann. Das Erhitzen der Steine dauert eine ganze Weile. Sie werden so lange erhitzt, bis sie selber fast rotglühend sind. Sie werden so lange erhitzt, bis sie sich selbst betrachtet. Wenn das Feuer mit den heißen Steinen niedergebrannt ist, werden sie abwechslungsweise mit einigen Innereien, in das Murmeltier hinein geschichtet. Es werden auch Wildzwiebeln und Salz dazugegeben. Das Ganze muss vorsichtig gehandhabt werden. Erstens sind die Steine glühend heiß, zweitens muss geschaut werden, damit die Steine nicht ein Loch in das Tier brennen. Ist alles mit heißen Steinen und den Innereien aufgefüllt, wird es am Hals mit Pferdeschwanzhaaren fest verschnürt. Es wird hier nicht gleich gezwungen. Hier kommt die Steine. Ich habe auch noch ein Mikrof точки, was ich empfiehlt. Der ist davon einfach wieder zu sein. Das ist derart, der hier vorbreit wird. Ich habe es hier in diesem Video beigebracht. Dabei ist es einfach so. Das war auch so. Ich gehe da gleich, ich gebe euch jetzt erst mal an. Ich habe es in diesem Video ausgelassen. Da geht es auch in der Zeit. Mir ist das hier, das ist ja auch hier. Ich schätze, das ist ein bisschen wie manche. Ich bin jetzt hier, dass ich nicht mehr machen kann. Ich bin sicher, dass ich nicht mehr so mache. Ich bin sicher, dass ich nicht mehr so mache. Ich bin sicher, dass ich nicht mehr so mache. Es ist jetzt ein bisschen ein bisschen Es geht auch nicht Das ist jetzt ein bisschen Und das ist der Beste Der Beste ist Der Beste ist Der Beste ist Wir haben Entschuldigung Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mit einem Schweißbrenner wird anschließend das Fell versengt und mit der obersten Hautschicht abgeschabt, sodass das Fleisch gleichzeitig von innen und außen gegart wird. Wenn aus der Haut an allen Stellen fett austritt, meist nach ein bis zwei Stunden, ist das Fleisch gar. ZDF, 2020 Die Frau des Autos filmte ein Jahr vorher an der selben Stelle mit den selben Leuten eine eher traditionelle Art des Fels abbrennen. ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ein wenig Saft ging ein wenig Saft ging dabei auch noch verloren. ZDF, 2020 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 ZDF, 2021 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.